Musik Ja, moin moin, wir sind auf Sendung. Heute der fünfte Fotografie-Hangout, diesmal mit dem Titel Einführung in die HDR-Fotografie, High Dynamic Range. Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde. Heute haben wir eine erlesene Gruppe an Teilnehmern. Das darf ich auch sagen, wir haben keine Frauen dabei. Andreas Bender, bitte eine kurze Vorstellungsrunde. Ihr dürft gerne mal sagen, wer ihr seid, wo man euch im Netz findet und nachher dürfen wir gerne ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ja, ich bin Andreas Bender. Hier bin ich Fotograf in Solms. Nicht weit weg von Leica. Fotografiere aber mit Canon. Ja, hauptsächlich mache ich Porträts. Das hat sich so entwickelt. Da ich halt hauptsächlich Porträts mache. Ich fotografiere Hochzeiten. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Veranstaltung. Genau, Veranstaltung. Achso, ja, meine Homepage. www.andreas-bender.de ist die eine Homepage. Und Blog. Ja, ich blogge nicht so viel. Ich bin mehr der Visuelle als der Schreiber. www.andreas-fotoblog.de Und dann gibt es noch fotograf-in-wetzler.de Das ist die Seite für die Leute, die gerne mal im Studio fotografiert werden wollen. Schön, okay. Viele Internetadressen. Wir gehen weiter zu unserem Hauptgast. Hauptgast. Klaus Herrmann. So, Klaus Herrmann. Ja. Farbenfroher Auftritt heute. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. So ein bisschen im Teufelslook. Halloween ist eigentlich schon vorbei. Sag mal ein bisschen was von deiner Person. Ja, hallo. Mein Name ist Klaus Herrmann. Ich lebe und arbeite in der Nähe von Stuttgart. Und habe mich seit einigen Jahren fotografisch dem HDR, der HDR-Technik gewidmet. Und betreibe das in Kombination mit anderen Techniken. Also Panorama, Vertorama, Fotografie in Kombination mit HDR. Und ihr habt ja, bevor die Aufzeichnung gestartet hat, schon gesagt, da ist einiges sehr buntes rausgekommen. Und vielleicht können wir uns da heute auch ein bisschen was von angucken. Achso, meine ganzen Internetadressen, die möchte ich vielleicht lieber nicht erzählen. Ich versuche es mal in den Chat reinzuposten, wenn mir das gelingt. Aber im Prinzip... Brauchst jetzt nicht machen. Okay. Also wir haben ja nachher die Links, wenn wir nicht vergessen, das Public zu machen, die Links zu den Profiles über Google+. Und da findet man eigentlich alles, alles. Also man wird es im YouTube-Video jetzt hier so und so nicht sehen. Gut. Ja, okay. Ich denke, das reicht erstmal. Du kannst nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Ich musste übrigens wieder sprechen. Also das ist ja jetzt nicht zu bunt, was du da machst. Nicht zu bunt. Das ist ja das Besondere eigentlich auch. Und ich bin auch ganz gespannt, was du nachher alles erzählst. Ich glaube, da kann ich noch eine ganze Menge lernen. Ich, das ist Olaf Bartke. Ich moderiere heute diesen Hangout zum fünften Mal. Und würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal noch mehr Gäste haben als diesmal. Und zwar deswegen, weil wir ein ganz, ganz tolles Thema haben. Und ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel. Aber wir haben nächstes Mal ein Hochzeitsfotografie-Schwerpunkt und illustre Gäste. Ich kündige die jetzt mal noch nicht an, aber das wird im Laufe der Woche folgen. Ihr könnt mich finden unter olafbartke.de. Das ist mein Haupt, meine Hauptdomain sozusagen, wo alles, was ich so fotografisch mache, zu finden ist. Und auf Google Plus unter olafbartke.de slash Google und dann tatsächlich nur ein Plus. Das ist eine Weiterleitung über meine Homepage, weil ich mir diese unwahrscheinlich lange Zahl nicht merken kann, mit der mich Google identifiziert. Weiter. Steffen Thies. Theis, Entschuldigung. Thies heißt mein bester Freund. Deswegen habe ich mich versprochen. Moin. Moin, moin. Ja, ich bin der Steffen, komme eigentlich auch aus der Nähe von Wetzlar. Bin jetzt hier ein bisschen im Hinterland. Zu finden bin ich im Internet unter pixelfetisch.de. Ja, fotografiere jetzt so seit 5, 6 Jahren. Habe angefangen mit Mountainbike Down. Und mache mittlerweile halt eigentlich auch hauptsächlich People-Fotografie. Und ja, habe jetzt so ein bisschen angefangen mit dem Bloggen. Aber da ist auch noch nicht so viel. Ich durfte jetzt endlich mal vor einer Woche, nee, vor zwei Wochen meine erste Hochzeit fotografieren. Und ja, mal schauen, was da draus wird noch. Gut, machen wir weiter. Ach, wo bist du zu, genau, hattest du schon gesagt, deine Internetadresse, wo du zu finden bist? Pixelfetisch.de. Ah ja, stimmt, alles klar. Gut, machen wir weiter. Tom ist ja schon eher Stammgast, ne? Tom, erklär mal den Leuten, dass es nicht wehtut, hier mitzumachen. Ja, zweites Mal. Nein, das ist völlig harmlos. Man muss sich halt nur trauen, mal ein paar Sachen zu sagen. Also kurze Vorstellung. Tom Striebisch. Wer mich im Internet sucht, findet mich unter www.fotolehrgang.de. Und wer meine Panoramabilder sehen will, findet die unter langebilder.de. Das ist vielleicht am einfachsten. Fotografieren tue ich schon so lange, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, eine Kamera nicht in der Hand gehabt zu haben. Und ja, ich bin mal gespannt, was mir heute hier zu HDR erzählt wird. Ich muss das häufig benutzen für meine Google-Panoramen, allerdings auf einer ganz anderen Ebene als die Bilder, die hier gezeigt werden. Ich brauche einen sehr natürlichen Look da normalerweise. Tom, ich habe jetzt gar nicht vorweg gefragt, hast du vielleicht etwas vorbereitet, dass wir hier mal zeigen können? Nein, 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 nein. Nein, alles klar, okay. Nicht, dass ich dich nachher dann anspreche. Ja, prima. Kurze Vorstellungsrunde haben wir gut hingekriegt. Und ich würde jetzt gerne mal sagen, HDR, was ist das überhaupt? Das soll ja heute so eine Einführungsveranstaltung sein. Also ich muss mich auch erst mal wieder in den Screen bringen. Einführung heißt natürlich nicht, dass man jetzt hier erwarten kann, heute so viele Informationen zu bekommen, dass man nach anderthalb Stunden sozusagen alles weiß. Aber ich glaube, wir sollten uns heute mal darauf beschränken, so ein bisschen mal zu klären, was ist überhaupt HDR-Fotografie und ich bin brennend interessiert, was Klaus darunter vor allen Dingen versteht und was Klaus nicht nur unter HDR-Fotografie versteht, weil Klaus, du arbeitest ja auch durchaus mit so anderen Sachen noch, nicht nur mit HDR. Ja, mit einigen Sachen. Was ist HDR? Vielleicht machen wir den Stunt jetzt mal und ich versuche mal ein Screen zu sharen. Ja, ich kann dir ja mal sagen, was ich immer gerne sage. HDR, du kannst ja mal den Screen sharen und ich sage mal, was ich immer gerne sage, wenn ich das Leuten erzähle, die wirklich keine Ahnung haben. Und das ist auch sehr, sehr leidenhaft erklärt. Aus sozusagen zu hellen und zu dunklen Bildern und einem normalen Bild, ein normaleres Bild zu machen, was dem menschlichen Sichtempfinden am ehesten entspricht. So, das ist natürlich sehr unprofessionell, aber hilft gerade Laien, sich ein bisschen mehr was darunter vorzustellen. So, ich komme jetzt mal in den Screen sharen. Klaus, du hast wieder das Wort. Gut, ja, das war ja schon ganz gut eingeführt. So kann man das durchaus erklären. Wenn man es mal direkt am Beispiel erklären möchte, sieht man das hier ganz gut. Also so präsentiere ich immer das Vorher und Nachher zu meinen Bildern. Und da sieht man in der oberen Reihe drei Bilder. Das sind die drei Bilder, die direkt aus der Kamera kommen, als ich fotografiert habe. Unten links sieht man dann das Bild, was entsteht, wenn man das Ganze miteinander verrechnet. Das ist der eigentliche Erzeugungsprozess von einem HDR-Bild. Und unten rechts sieht man dann das endgültige Bild nachbearbeitet, selektiv nachbearbeitet, in verschiedenen Teilen des Bildes unterschiedlich gearbeitet mit Photoshop. Wenn man sich jetzt mal die Bilder in der oberen Reihe anschaut, sieht man, dass das ganz linke beispielsweise die Details im Schatten unter der Kutsche ganz gut darstellt, wohingegen der Himmel auf der rechten oberen Seite beispielsweise völlig überbelichtet ist. Das ist also keine Zeichnung mehr, das ist quasi nur noch weiß. Und wenn man dann mal ganz rechts rüber geht, sieht man, dass es genau umgekehrt ist. Da sieht man die Sonne rechts oben in der Ecke ganz gut mit den Strahlen. Aber im Schattenbereich sieht man quasi gar keine Zeichnung mehr, das ist komplett schwarz. Das heißt also, diese Szene ist schwierig mit einem Foto aufzunehmen und darzustellen. Und genau da kommt HDR zum Einsatz. Man benutzt dann eine HDR-Software, in dem Fall habe ich Photomatix benutzt. Und diese Software verrechnet die drei Bilder dann zu einem Bild mit einer sehr viel höheren Bit-Tiefe, also jedes Pixel 32 Bit, dass sehr viel mehr Helligkeitswerte dargestellt werden können. Und dieses Bild kann man dann nicht mehr auf dem Monitor darstellen. Das hat zu viele Helligkeitswerte. Das wird dann runtergerechnet, das ist das sogenannte Tone-Mapping, was man macht. Und dann hat man, wie man das hier unten links sieht, eben ein Bild, was in dem Fall noch ein bisschen flau aussieht, aber zumindest die Details von allen drei oben gezeigten Bildern in sich trägt. Und wenn man das dann noch ein bisschen nachbearbeitet, dann hat man tatsächlich ein Bild, was ein bisschen näher an das rankommt, was man mit dem Auge gesehen hat. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen die Frage des Geschmacks oder des persönlichen Eindrucks, ob man sagt, das habe ich so gesehen oder nicht gesehen. Aber auf jeden Fall stellt es die Realität sehr viel besser dar als eine Einzelaufnahme. Also was mir auffällt an deinen Fotos, die sehen schon anders aus, als man das normalerweise kennt von HDR-Aufnahmen, wie man sie ja zuhauf mittlerweile in diesen ganzen Fotogemeinschaften und sowas sieht. Ich sage immer, das ist immer sehr gefährlich, dass man so wirken könnte wie ein Fotograf auf LSD. Ja, so ein Beispiel habe ich auch. Ich wusste, dass ihr lachen werdet. Ja, zeig mir mal so ein Beispiel, wenn du eins hast. Lass mich mal gucken. Das hier ist vielleicht eher so ein Beispiel. Wenn man da rechts unten das Bild sieht, könnte man eher glauben, dass da jemand auf Droge war. Vor allem, weil das Wasser eine Farbe hat, die vielleicht nicht unbedingt natürlich ist. Wenn man sich jetzt die Bilder oben wiederum anguckt, die aus der Kamera gekommen sind, dann sieht man durchaus, dass hier das Grün und die Farbe im Wasser drin ist. Aber das habe ich natürlich hier auf der unteren Seite ziemlich stark überzeichnet. Also das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, für ein Bild, was schon, sagen wir mal, nicht mehr ganz natürlich aussieht. Aber was in dem Fall mir einfach am besten gefallen hat. Also ich muss dir mal widersprechen. Also ich finde auch, das Foto ist nicht zu sehr überzeichnet. Also das finde ich auch durchaus ansprechend. Also man merkt schon, dass es nicht mehr so ganz ist, das, was man vielleicht wahrgenommen hat. Aber es hat irgendwie so eine Gesamtästhetik, die mir mehr zusagt als dieses, ich glaube, das nennt man so Grunge. Also wenn das so grungeig wird. Wenn dann auch noch so Hallos dazukommen. Also wenn die Aufnahmen auch noch schlecht zusammengerechnet worden sind. Ja, das kommt meistens dann zustande, wenn man sehr extreme Einstellungen benutzt in der Software. Ich mache das Screen mal wieder weg, dass ihr aber auch mich sehen könnt. Ja. Das kommt meistens dann zustande, wenn man es ein bisschen übertreibt mit den Einstellungen. Also da kann man sehr viel spielen. Und gerade wenn man mit der Technik anfängt und anfängt, die anzuwenden, dann ist man sehr stark versucht, da sich auszutoben. Und was dann meistens rauskommt, sind eben so ziemlich überzeichnete Effekte mit den Halos und mit dem viel, viel Rauschen in den Bildern. Und dann, manche Leute bezeichnen das als, die Amis sagen dann immer Puke dazu. Ich möchte das jetzt hier nicht übersetzen. Aber das kommt schon dem recht nah. Sieht aus wie hingekotzt. Genau. Okay, aber vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zuvor. Wir haben uns das jetzt mal angeguckt, wie das am Ende nachher aussieht. Und um dieses Bildmaterial zu bekommen, muss man ja so ein bisschen die Kameratechnik überlisten. Also man benötigt vor allen Dingen erst mal mein Bild. So, jetzt habe ich nicht mein Bild genommen. Man benötigt... Danke. Das schneide ich nicht raus. Man muss die Kameratechnik überlisten. Also man hat ja eine bestimmte Bandbreite von dem, was eine Kamera sehen kann. So, und wenn man jetzt diese Bandbreite vielleicht mal so bemisst, ich weiß gar nicht, wie Blendenstufen das sind, aber das ist 8 bis 10, je nachdem, welche Kamera man auch hat. So, das wäre vielleicht dann eine Normalaufnahme. Man hat dann, ja, dieses Spektrum, was man eben an Helligkeit sehen kann. Und wenn man eine unterbelichtete Aufnahme macht, dann sieht man also eher dieses Spektrum an Helligkeitswerten. Und wenn man eine überbelichtete Aufnahme macht, sieht man eher dieses Spektrum. Genau. Das mal so mit einfachen Mitteln plastisch zu machen. Wie kommt man jetzt an sozusagen diese verschiedenen Aufnahmen, also einem Laien das jetzt mal ganz einfach erklärt? Ich meine, ich könnte es auch erklären. Soll ich? Ja, mach du mal. Kann auch gerne jemand anders erklären. Okay, also bei einer Kamera hat man ja verschiedene Möglichkeiten, die Belichtung einzustellen. Man kann die Blende verändern, man kann die Verschlusszeit verändern, man kann die Empfindlichkeit verändern. Und bei diesen Bildern hier, die da als sozusagen Ausgangsmaterial reingehen in den Prozess, macht man es meistens so, dass man die Verschlusszeiten variiert. Das heißt also, man hat ein Bild, wo die Kamera die Belichtung misst. Man lässt also die Kamera die korrekte Belichtung messen. Und dann kann man der Kamera, den meisten Spiegelreflexkameras heute sagen, nimm bitte, solange ich auf den Auslöser drücke, noch ein überbelichtetes und ein unterbelichtetes Bild auf. Und dann hat man ausgehend von dieser Mitte, die du gerade plastisch dargestellt hast, automatisch noch eins, was oben drüber ist, heller ist, weil der Verschluss länger aufgelassen wird, und eins, was unten drunter ist, also dunkler, weil der Verschluss nicht so lange aufgelassen wird. Und das machen die meisten Kameras heute automatisch. Man kann das auch manuell machen, man kann das komplett manuell einstellen. Aber am praktischsten ist es, wenn man diese sogenannte Belichtungsreihenfunktion, eine Spiegelreflexkamera benutzt, und dann kriegt man typischerweise drei Bilder oder auch mehr, kommt darauf an, welche Kamera man hat, und aus denen kann man dann so einen HDR berechnen. Mindestens zwei Bilder braucht man. Das heißt übrigens auch Bracketing, also wer mal im Internet ein bisschen recherchieren will, das heißt Bracketing. Und gab es übrigens auch früher schon, also auch zu analogen Zeiten. Das haben Naturfotografen, die viel fotografiert haben, auch früher schon genutzt. Wenn die sich nicht so ganz sicher waren, wie ist denn jetzt hier gerade die Lichtsituation? Und diese Serienbildaufnahme, wo sozusagen dann verschiedene Aufnahmen gemacht werden, gab es früher schon. Da gab es aber HDR noch gar nicht. Und man kann es automatisiert machen. Ich aber zum Beispiel mache es ganz häufig nicht automatisiert, sondern mache es von Hand. Also wenn ich Zeit habe und auch ein bisschen den Kopf frei habe, um nachzudenken, ist es so, dass ich manchmal, weil meine Canon 5D Mark II, die macht nur drei Aufnahmen, also drei Auslösungen fürs Bracketing. Und Tom, was war das für eine Geste? Ich habe das gleiche Problem. Kannst du das nochmal wiederholen? Das war so. Okay. Du hast die falsche Kamera. Ich habe auch die falsche Kamera. Ja, aber ich habe das richtige Objektiv. Das ist wichtig. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich das dann von Hand mache und dass ich dann manchmal eben halt auch fünf Aufnahmen mache, wobei ich in den meisten Fällen auch mit drei Aufnahmen eigentlich ganz zufrieden bin mit dem Ergebnis. Also das Bracketing nutze ich dann doch manchmal, aber auch nicht immer. Das hat dann auch was damit zu tun, dass man dann manchmal auch dieses HDR-Denken drauf haben muss. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was man fotografiert und wie man das fotografiert, wenn man sich auf HDR spezialisiert hat, ist es sicherlich so, dass man das immer präsent hat auch. Aber wenn man so verschiedene Sachen fotografiert, ist es ganz häufig so, dass man sich das immer wieder in Erinnerung rufen muss. Okay, der Moderator sagt was und Tom hilft mir sozusagen. Ja, ich wollte ganz kurz da einsteigen, nur weil du das mit der 5D Mark II gesagt hast. Ich habe generell das Problem, dass ich ganz häufig mitkriege, die Kamerahersteller bauen eine Kamera, die wunderbar ist, und liefere eine Software dazu, die aus meiner Sicht nicht ausgereift ist. Und es kommt dann auch keine aktualisierte Softwareversion nach. Man könnte, der kann man ja unter den Arm greifen und sagen, wir erweitern das Bracketing. Das ist ja reine Software. Leider machen die das nicht. Und das ist unser Geldbeutel, der das schlussendlich entscheidet. Also da sollte man uns immer drüber bewusst sein. Da können wir vielleicht was dran ändern. Was kann ich denn da jetzt dran ändern? Du kannst zum Beispiel hingehen und dich beschweren bei Canon. Und wenn das alle machen und sagen, ich kaufe keine Canon mehr, wenn ich nicht für die bereits vorhandene Kamera per Software-Update so eine Funktion zusätzlich erhalte, wäre das ein Druckmittel. Ich könnte sagen, ich drohe damit, allen meinen 82.000 Followern bei Google zu erzählen, was für eine scheiß Kamera die 5D Mark II doch ist. Es gibt andere Hersteller, die durchaus in der Lage sind, so eine Software-Update zu machen. Aber da bewegen wir uns dann hoffen, ein anderes Gebiet. Also mein Händler hat mal gesagt, Wir kommen zusammen und sagen den Leuten, was wir für die Kamera benutzen sollen. Ja stimmt, Power, Power, ne? Wir kommen zusammen auf 150.000, wahrscheinlich, ne? Ja, fast 160 Tonnen mittlerweile. Das ist zusammen, ja, ja. Kleinstadt. Ich habe eine große Kleinstadt. Mein Händler übrigens, also wir schweifen hier schon wieder richtig gut ab, aber das darf auch mal sein. Mein Händler hat übrigens mal gesagt, Canon ist manchmal wie eine große Behörde. Also da nützt leider nicht das Beschwerden, weil die haben sicherlich ein ausgefeiltes Beschwerdemanagement-System. Was bedeutet, dass sie sich meine Beschwerden vom Halse halten. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bracketing, wie man das erstellt. Ich habe es schon im Hintergrund gesehen. Klaus, du hast ein Dreibein. Erzähl doch mal, wie wichtig ein Dreibein ist. Ja, aber peinlicherweise ist dieses Dreibein da ein 16-Euro-Modell. Ich wollte gerade sagen, das wäre mein nächster Gag gewesen. Sehr professionell. Ja, ich meine, wenn man das mit dem HDR hochqualitativ und ernsthaft betreiben will und auch in ganz verschiedenen Situationen das Ganze machen will, dann ist es natürlich wichtig, dass man ein Stativ hat. Gerade wenn man es manuell macht, also diese angesprochene Auto-Bracketing-Funktion, ist im Wesentlichen dafür da, dass man aus der Hand bequem solche Bilder produzieren kann. Wenn man jetzt aber eine kompliziertere Szene hat und vielleicht eine von diesen Canon-Kameras, die über drei Schüsse machen und man braucht aber ein paar mehr Aufnahmen, dann sollte man natürlich ein Stativ haben. Also keins wie das da, keins im Internet kaufen für 10 Euro. Das ist mein allererstes Stativ. Ich weiß auch nicht, warum das, wer das da hingestellt hat. Sondern ein vernünftiges Stativ, Kamera ordentlich festschrauben, die Szenerie schön komponieren und dann kann man so viele Belichtungen machen, wie man möchte. Also ein Stativ ist für so eine Art von Fotografie schon in den meisten Situationen sehr von Vorteil. Das kann der Tom völlig auch bestätigen. Ja, was man bei den mehreren Belichtungen natürlich berücksichtigen muss, HDR hat ein ganz großes Problem und das nennt sich Bewegung. Ja. Wenn man sozusagen mehrere Serienbilder macht, ist es so, dass alles, was sich bewegt, nachher für die Software ein großes Problem darstellt, das dann zusammenzurechnen. Da gibt es qualitative Unterschiede in der Software. Wir machen heute mal keine Werbung. Werbung, das kriegen wir heute gar nicht bezahlt oder man kann uns heute gar nicht genug dafür bezahlen, für die Werbung. Aber man kann festhalten, dass es so ist, dass Software durchaus auch unter dem Gesichtspunkt des Herausrechnens von Bewegungen beurteilt werden sollte. Wie man das am besten herausfindet, welche Software für einen die beste ist, da darf man gerne mal im Internet ein bisschen googeln. Da findet man relativ viele Tests und Sachen und vielleicht kriegt ihr das ja heute auch mit, mit welchem Programm wir dann hier so manchmal arbeiten. Aber Werbung machen wir hier erst dann, wenn die uns auch wirklich bezahlen. Ich finde, das können die ruhig mal machen. Die können uns mal irgendwie hier so eine Kiste Holzen oder Asta oder so herstellen. Da muss ich nicht so eine olle Club-Marte treten. Also erst beschweren wir uns bei Canon und dann schicken wir eine Petition an diverse Softwarehersteller. Ja, genau. Das ist hier Occupy. Occupy. Occupy HDR. Wir gründen hier heute die Occupy-Bewindung. Also Bewegung. Ja, aber Bewegung im Bild ist natürlich schwierig. Bewegung, ja, das ist eine gute Überleitung. Bewegung im Bild ist immer schwierig. Das ist klar. Man kann es auf verschiedene Arten einmal vermeiden natürlich. Das Einfachste ist natürlich, wenn man an den Ort, den man fotografieren will, zu einer Zeit hingeht, wo niemand da ist. Ja, das ist aber manchmal nicht möglich. Wenn man die Leute dazu bewegt, gerade nicht ins Bild zu laufen, das ist auch nicht immer möglich. In den meisten Situationen muss man mit Bewegung zurechtkommen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man verschiedene Bilder verrechnet miteinander gibt, kommt es dann zu einem sogenannten Ghosting-Effekt. Das heißt, man sieht dann, weil dasselbe Objekt oder derselbe Mensch in den drei Aufnahmen an unterschiedlichen Stellen ist, kommt es bei der Verrechnung dazu, dass es eben schemenhafte Darstellungen gibt, Schatten gibt. Das kann man in der HDR-Software teilweise vermeiden und rausrechnen. Manuell oder auch automatisch. Software ist unterschiedlich gut, was das angeht. Man kann es aber auch manuell tatsächlich machen. Also in dem bevorzugten Foto-Editing-Programm, um jetzt auch hier keine Werbung zu machen, kann man mit dem Pinselwerkzeug hergehen und kann dann mehrere Bilder übereinanderlegen, mehrere Versionen dieses HDR-Bildes und kann dann quasi manuell diese Schatten, die da entstehen, rausradieren. Das ist aber alles natürlich relativ aufwendig. Aufwendig, das ist ein schönes Stichwort, weil ich finde, HDR, oder mal anders gesagt, also wenn man anfängt, mit der Fotografie Geld zu verdienen, ist es so, dass man feststellt, dass Zeit, die man verwendet, durchaus kostbar ist und HDR ist etwas, was nicht unbedingt in der Produktion sehr viel Zeit kostet, aber durchaus, wenn man sich viel Mühe gibt, in der Postproduktion, also sprich in der Bildbearbeitung, sehr viel Zeit kostet und leider ist es häufig so, dass man diese Zeit nicht gerne bezahlen. Also wenn ich jetzt hier mal auf lokaler Ebene einem Kunden ein HDR-Bild aufschwatzen will, was in den allermeisten Fällen einen unwahrscheinlichen Wettbewerbsvorteil bieten würde wahrscheinlich, also da hebt man sich doch sehr von ab, von den normalen Fotografien, jedenfalls wenn man es gut macht, ist aber der Kunde nicht immer bereit, diesen Mehraufwand zu bezahlen. Und jetzt leite ich mal wieder über zu Klaus, ich habe mir mal das letzte Video in deinem hervorragenden Blog, und das soll jetzt nicht Werbung sein, sondern das ist volle Überzeugung, weil du könntest mich so und so nicht bezahlen. Also wirklich toller Blog und du hast da in deinem letzten Video gezeigt, also wie du wirklich da in die Postproduktion reingehst. Ich möchte mal behaupten, also da steckt viel mehr Zeit drin als beim tatsächlichen Fotografieren, oder? Ja, also das tatsächliche Fotografieren, ja gut, das tatsächliche Fotografieren an sich dauert nur eine zehnte Sekunde, das kann man nicht rechnen, aber das ist schon so. Die Bilder, die man da produziert, als Ausgangsmaterial, das ist im Wesentlichen das Rohmaterial. Und basierend auf diesem Rohmaterial, also zumindest mache ich das so, basierend auf diesem Rohmaterial, kommt dann noch mal so ein bisschen der künstlerische Ausdruck zur Geltung. Und du hast es vorhin schon mal so gesagt, also das, was ich mache, ist im Prinzip so eine Mischung aus Fotografie und Malerei, wenn man so will. Ja, also ich gucke mir das Bild dann an und schaue, wie könnte ich in diesem Bild jetzt die verschiedenen Bereiche so bearbeiten, dass die Kontraste besser rauskommen, dass auch Farbkontraste schöner rauskommen. Und dann muss man sehr viel maskieren, also man muss verschiedene Bereiche sozusagen isolieren in so einem Bild und die dann getrennt bearbeiten. Und das kostet schon sehr viel Zeit. Also das ist etwas, das sind dann Leute bereit, die vielleicht einen hochwertigen Druck kaufen, weil sie sich das ins Wohnzimmer hängen wollen, aber es ist sicherlich niemand bereit für ein Hochzeitsshooting, das Geld zu bezahlen, was man da bezahlen müsste, wenn die Bilder alle so bearbeitet werden. Also da, das kann man nicht für jede Art von Fotografie machen. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Du hattest gerade gesagt Hochzeitsshooting. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Personenfotografie kommt mir HDR relativ selten in den Sinn. Also das kann schon mal sein, dass ich mir darüber Gedanken mache. Also aber in den meisten Fällen so, wenn ich Menschen sehe, und da sind wir jetzt eigentlich im künstlerischen, kreativen Bereich von HDR-Fotografie, finde ich, gehören Licht- und Schattenseiten ganz häufig dazu. Also das ist etwas, was ich Menschen grundsätzlich einfach mal zuschreiben würde, dass die sowohl ihre hellen Seiten haben, also vielleicht etwas eher was Strahlenderes, etwas Positiveres haben, aber auch jeder Mensch hat so seine dunklen Seiten. Und so ein gutes Porträtfoto lebt einfach davon, dass man auch mit Schatten und mit Helligkeit gut arbeitet. Und da ist es eigentlich manchmal von Vorteil, wenn man eben halt ein geringes Tonwertespektrum auch hat. Und man hat bei Menschen auch per se dann immer das Problem der Bewegung drin. Also das bietet sich einfach nicht an. Und was nicht heißt, dass HDR nicht auch ein Mittel sein kann, das in Porträt oder in Menschenfotografie auch irgendwie mit einzubauen. Also man sollte das nicht gleich so im Kopf haben, das geht gar nicht, sondern man sollte eher gucken, was ist da störend? Oder was würde mich vielleicht besonders ansprechen? Oder manchmal ist ja auch in einer Störung eine Chance für ein gutes Bild. Das, was ich eigentlich... Ja? Also Menschen in HDR-Fotos kommen meistens raus, so ein bisschen wie ein Kohlebergwerk-Arbeiter, sage ich jetzt mal. Also HDR und vor allem das Tonmapping, was man dann nach der eigentlichen HDR-Erstellung macht, hat als einen Haupteffekt, dass die lokalen Details in einem Bild stark hervorgehoben werden. Und wenn man jetzt in einem Porträt die lokalen Details, also die kleinen Details in der Haut hervorhebt, dann führt das meistens eher zu einem Effekt, den man nicht haben möchte. Also die Leute sehen dann schmutzig aus. Deswegen ist das sicherlich nicht so ohne weiteres auf Porträtfotografie zu übertragen. Vielleicht gibt es manche spezielle Szenen, wo man die Umgebung besonders nochmal hervorheben oder bearbeiten möchte. Aber HDR wäre jetzt nicht das Erste, was mir in den Sinn käme, wenn ich ein Porträt schieße. Das geht nicht so gut zusammen. Ja, also das sind so persönliche Erfahrungen, die man ja auch macht so in der Fotografie. Trotzdem, also für mich ist es immer so, dass ich über die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten mir Gedanken mache von bestimmten Techniken. Und die muss man bewusst, deren muss man sich bewusst sein und die muss man auch irgendwie intuitiv für sich erfasst haben. Und dann ist es manchmal so, dass einem irgendwie plötzlich so ein Geistesblitz kommt. Und das sind dann diese Sachen, wo man plötzlich so ganz viel Aufsehen mit erregt. Also wo man plötzlich einfach irgendwie sagt, hey, das ist genau mein Ding. Das ist jetzt irgendwie, und vielleicht gibt es irgendwann mal den HDR-Porträtfotografen, wo wir sagen würden, ey, vor fünf Jahren haben wir darüber ja noch gelästert, dass das gar nicht geht. Und jetzt sehen wir hier plötzlich sowas Geniales. Ja, also ich finde immer, man sollte nicht so in Grenzen denken, sondern immer eher erstmal in Möglichkeiten. Und natürlich sollte man sich über Schwierigkeiten bewusst sein. Und das ist der Aspekt des Bewegens. Und ich sage mal so, dass es auch passbar ist. Und HDR, so sehe ich von meiner Seite aus immer, das ist so gut denkbar so in Architektur. Also moderne Fotografie, moderne Architektur. Also wo man sagt, ja, da darf das gerne mal so ein bisschen quietschig sein. Da darf das auch gerne mal ein bisschen bunt sein. Da kommt man nicht gleich so in so ein Gefühl, so, was ist das denn, so was entfremdet ist. In der Naturfotografie, und das ist das, wo ich jetzt, ich könnte eigentlich auch jetzt mal was aufmachen. Ich darf auch mal was aufmachen. Genau, mach du mal. Kann ich mal weiterreden. So, das ist jetzt nicht auf. Ich muss jetzt mal einmal kurz Lightroom aufmachen. Und das Fenster teilen. Dann könnt ihr das nämlich mit sehen. In der Naturfotografie, so, jetzt habe ich mal so ein bisschen was. Könnt ihr das sehen? Ja. Okay, prima. Also in der Naturfotografie hat man eigentlich ähnliche Probleme. Aber da kommt man schnell an Grenzen, wo man sagt, oder wo man sagen kann, da wirkt ein Foto so deplatziert, dass man das dem, also diese Natürlichkeit abspricht. und das ist bei Architektur meines Erachtens nach nicht so. Also da kann man gerne nochmal die Grenzen ein bisschen weiter stecken. Also ich denke gerade an die Kapelle, Klaus, die du da zuletzt in deinem Blog bearbeitet hast. Und hier sehen wir auch im Prinzip drei Aufnahmen nebeneinander. Und wo das ganz gut geht, das ist zum Beispiel hier in Feldstrukturen. Ja, also Feldstrukturen, wenn man die in HDR bearbeitet, das gibt so Tiefe, das gibt so Muster. Und es ist meistens so, dass man sagt, okay, das sind Felsen, die dürfen gerne so ein bisschen komisch aussehen oder anders aussehen, als man das normalerweise kennt. Das wäre jetzt hier vielleicht so eine Normalbelichtung. Auch Himmel, finde ich, das ist etwas, was durchaus so ein bisschen quietschig, ein bisschen kontrastreicher auch dargestellt werden kann. Ich habe jetzt mal die fertige Bearbeitung hingezaubert. So, dann seht ihr das mal. Könnt ihr das sehen? Ja. Okay. Okay, also das ist alles etwas, wo ich sagen würde, hier in den Felsen, das darf gerne so ein bisschen, hups, das darf gerne so ein bisschen anders aussehen. Das, finde ich, wirkt noch natürlich. Na, jetzt haben wir es hier. Und der Himmel, der darf auch gerne noch so ein bisschen kontrastreicher, ich meine, so schwarze Wolken, das sind ja jetzt schwarze Wolken. Das ist eigentlich auch nicht mehr natürlich, aber das Gesamtbild, finde ich persönlich, wirkt noch natürlich. Wohin gehen, wenn man jetzt anfängt, Sträucher oder Pflanzen oder Blüten zu fotografieren und die in HDR bearbeitet, da fängt es an, schnell zu kippen. Und da hat der Mensch dann so eine Barriere des Sehens auch, wo er dann sagt so, der nimmt sich zurück und fängt an zu denken und dann ist eigentlich die Wirkung des guten Fotos schon vorbei. Das ist vielleicht mal so ein kleiner Einwurf von mir. Ich schalte jetzt mal in den Screens zurück. Olaf? Ja? Wie hast du das mit dem Wasser gemacht? Das Wasser, da hast du ja keine Chance, das ist ja im Bruchteil eine Sekunde anders. Das ist, um es mal vorsichtig zu sagen, eine Frage der Menge, der Wasserbewegung. Also es ist häufig so, dass es nicht geht. Ich arbeite ja nun viel am Wasser. Und so bei leichten kleinen Plätscherwellen geht das eigentlich noch ganz gut. Also da kann man bei bestimmten Programmen, die ich verwende, kann man eigentlich von ausgehen, dass da ein bisschen mehr Wellen reingearbeitet sind. Also es ist schon so ein bisschen mehr Struktur auf der Oberfläche. Und wenn man genau hinguckt, dann merkt man auch, das ist ein bisschen unnatürlich. Aber wenn man das Gesamtbild nimmt und wenn man das Bild so komponiert, dass das, also man muss das eigentlich schon wissen, dass das schon innen kommt und sagt, kann man das jetzt hier so machen? Und dann gestaltest du das eben halt so, dass die Wasseroberfläche nicht so eine starke Bedeutung hat. Und dann hat man eben halt ein bisschen mehr Struktur auf dem Wasser, also mehr Wellen, so Einzelwellen, die nicht mehr natürlich wirken. Aber wenn das gesamte Bild so poppt, dass man das Wasser dann eigentlich nur noch so als Trennung oder als etwas, was Himmel und Steine zum Beispiel abtrennt wahrnimmt, dann geht das durchaus ganz gut mit dem Wasser. Und da gibt es eben auch qualitative Unterschiede mit Programmen, die man dann nutzen kann. Und da muss man mal für sich ein bisschen rumexperimentieren. Okay. Also da haben verschiedene Programme verschiedene Vor- und verschiedene Nachteile. Und wie gesagt, in der Naturfotografie finde ich das immer ganz kritisch, aber das ist eine gute Möglichkeit. Also ich nutze HDR sehr, sehr selten, auch wenn man das vielleicht mir nicht so zuschreiben würde. Es ist aber so, dass ich es wirklich selten nutze. Wobei man natürlich sagen muss, dass man HDR in ganz unterschiedlichen Abstufungen benutzen kann. Also man kann es so einsetzen, dass man es nicht wahrnimmt. Wir reden ja jetzt immer von HDR-Bildern, wo man draufguckt und denkt sich, oh, das ist doch bestimmt HDR. Das muss ja nicht sein. Also man kann auch ein Landschaftsbild, so wie du es gerade gezeigt hast, durchaus so bearbeiten, dass man eigentlich nur die verschiedenen belichteten Teile ineinander blendet, ohne jetzt in dem Ton-Mapping sehr extreme Dinge zu machen. Und dann kann das durchaus sehr natürlich wirken. Ja, also das ist immer so ein bisschen eine Frage der Abstufung. Also das ist was, was ich ganz gerne mache, so Himmel austauschen, weil da einfach fast immer viel zu hell ist. Ja, genau. Also HDR ist nicht unbedingt immer nur, dass man jetzt eines der gängigen Programme hernimmt und die Bilder automatisch miteinander verrechnet, sondern ist es auch HDR, wenn man jetzt in Photoshop hergeht, ein paar Ebenen übereinander legt, also die Belichtung einfach übereinander legt, ausrichtet und dann die Teile ausradiert, die überbelichtet sind beispielsweise. Ja, und da eben den Himmel von einem anderen Bild reinnimmt. Das ist genauso HDR. Da hat man eben manuell den Dynamikumfang erweitert. Also das Feld ist sehr groß, man kann da sehr viel machen. und es hat sehr viele verschiedene Facetten. Ich denke halt, das meiste, was man halt so kennt aus den letzten Jahren, sind halt so diese Innenarchitektursachen, wo du gerade viel irgendwie mit so maroden Gebäuden, wo du dann irgendwelche Holzpfeiler und so hast und die sind halt dermaßen überzeichnet alles. Das ist so das, was ich mir leider, in Anführungsstrichen, halt so als HDR eingebrannt habe. Es gibt halt vieles, was halt wirklich so ganz leicht nur durchkommt, so ein differenzierter, aber es gibt halt einfach viel zu viel, meiner Meinung nach, von diesen Pop-Art oder wie auch immer man es dann schon fast nennen will. Es ist völlig unnatürlich und das ist so halt das, was mir die letzten Jahre halt so extrem rausgekommen ist. Ja, ganz unterschiedliche Leute benutzen es auf ganz unterschiedliche Art und Weise und natürlich, wenn man jetzt ein Bild sieht, was so entstanden ist, wie ich es gerade gesagt habe, dass man, sagen wir mal, ohne groß jetzt quietschig-bunte Dinge reinzunehmen, Bilder ineinander blendet, dann sieht man das auch kaum. Dann wird man das kaum als HDR wahrnehmen. Was man als die Bilder, wo es dann wirklich ein bisschen übertrieben wird. Und daher kommt auch ein bisschen das Image. Es gibt also sehr viele HDR-Bilder, die, wo man es auf den ersten Blick wirklich gar nicht sehen würde, dass es auf die Art erstanden ist. Aber du hast, Olaf, du hast vorhin noch was von Blumen gesagt. Und da will ich vielleicht noch mal etwas ins Feld werfen. Eine Blume ins Feld. Und zwar ein Bild von der Blume, die in HDR erzeugt ist. Ja, also. Ja. Und hier würde ich sagen, es sieht nicht mehr ganz natürlich aus, aber es hat durchaus einen Reiz. Vor allem, wo HDR hier halt hilft, ist diese, diese Bereiche hier zum Beispiel, wo die Wassertropfen drin sind und die Details auf den Blättern herauszuarbeiten. Ja, das ist dann so ein Nebeneffekt von der HDR-Bearbeitung und von dem Ton-Mapping. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ist ja auch mein Bild. Kein Wunder. Aber man kann auch durchaus Blumen und Pflanzen so darstellen. Es kommt immer darauf an, wie man die Technik einsetzt. Ja, das ist ein Foto, das mir auch durchaus gefällt. Also bei mir würde jetzt bei der Betrachtung schon so ein bisschen so, also ich würde schon mal so einen Schritt zurück gehen. Ich glaube, das ist immer so dieses, das kann man ja auch nicht sagen. Also man kann ja nicht sagen, bei einem bestimmten Foto fängt irgendwann mal der Kopf zu sehr an zu arbeiten und man distanziert sich von der Betrachtung des Fotos und man wird nicht so reingesogen. Und ich glaube, das ist nachher auch so der feine Unterschied von HDR-Fotografen, wie zum Beispiel Trey Redcliffe, der da ja auch sehr, sehr erfolgreich mit ist, mit den Sachen. Also wo ist dieser Schritt, dass es zu viel wird? Also das ist auch schwer, das irgendwie zu bestimmen. Und das ist durchaus in dem Foto, was du da gerade gezeigt hast, schon gut. Und ich denke auch so, dass man das, dass man das eben halt mit so einer separierten Blume auch nochmal wieder ganz anders macht, als wenn man zum Beispiel so einen Baum hat oder einen Strauch in irgendeiner Form. Also eine Blume ist an sich in diesem Bild, das ist halt irgendwie so ein abgeschlossenes Kunstwerk. Aber wenn du eine natürliche, wo man auch sagt, gut, die ist jetzt auch irgendwie künstlerisch dargestellt. Da fängt der Kopf noch nicht so an, so schnell zu arbeiten. Aber wenn du so eine Naturszene hast, also wo du sagst, das kenne ich irgendwie, da bin ich auch schon mal spaziergegangen in so einer Situation. Warum ist der Himmel jetzt so blau? Oder warum sind die, wie wollten so Kontrastreifen? Also das ist die Gefahr bei Fotos, besonders in der HDR-Bearbeitung. Also ich sage mal, wenn der Kopf anfängt, sich einzuschalten und wenn man anfängt, ist wie bei einem guten Actionfilm. Ja, wenn man mit einer Frau ins Kino geht, ja, Frauen funktionieren da anders bei Actionfilmen. Die funktionieren gar nicht bei Actionfilmen. Doch, die funktionieren auch, aber anders. Ja, die denken irgendwann mal nach, fangen an irgendwie nachzudenken und können sozusagen dieses Kunstwerk Actionfilm, ja, ich meine, das passiert auch bei Männern, ja, also davon mal ganz abgesehen. Aber ich habe es, kenne es halt irgendwie doch in meinem Bekanntenkreis, dass ich doch eher mit Freunden ins Kino gehe, wenn ich einen Actionfilm sehe. So, also wenn der Kopf sich einschaltet, finde ich, ist es immer gefährlich bei der Fotografie und da gibt es auch nicht so richtig und falsch. Letztendlich hat man so ein Motiv, man hat vielleicht auch Motive, die man kennt, bei denen man also weiß, wie man sich da auch bewegt. Wichtig bei der HDR-Fotografie ist, dass man die Möglichkeiten kennt, aber auch die Schwierigkeiten, die Schwächen. Und ich würde zum Beispiel in der Landschaftsfotografie immer sagen, wenn man wie zum Beispiel in Photomatix die Möglichkeit hat, die Farbsättigung in den Highlights und eben halt auch in den Tiefen zu regeln, dann würde ich bei Photomatix immer sagen, klar, im Himmel darf man da gerne mal ein bisschen mehr Farbe reinhauen. In den Tiefen sollte man vorsichtiger sein, weil das der Regler ist, wo es eben, ja, schnell so wird, dass der Kopf sich einschaltet. Und dann hängt es halt auch ab, was für ein Motiv man hat. Ja, klar. Aber mich würde mal interessieren, wie Tom HDR einsetzt. Tom. Er hat vorhin gesagt, dass er es sehr zurückhaltend macht. Und wie sieht das aus? Ja, also ich versuche, ich habe halt das Problem, oder was heißt das Problem bei den Kugelpanoramen, die ich gerne mache, fotografiere ich 360 Grad, ich habe nach oben 90, nach unten 90 Grad, das heißt, ich habe die komplette Umwelt im Bild. Und das heißt, automatisch, ich habe die tiefsten Schatten und auch die hellsten Partien in so einem Bild drin. Gerade wenn es Aufnahmen sind, PKW-Innenraum zum Beispiel, dann auf dem Armaturenbrett ist alles überstrahlt vom Licht und unten im Beifahrerfußraum, da ist es pechschwarz. Da komme ich nicht drum rum, HDR zu machen. Kommt zum Glück häufig mit drei Bildern aus, an meiner Kamera, aber gelegentlich muss ich da auch von Hand noch ein bisschen der unter die Arme greifen. Und ich versuche, diese Technik so einzusetzen, dass man es im Endeffekt nicht bemerkt. Ich benutze gelegentlich oder relativ häufig eine Fusion-Technik. Das heißt, es entsteht gar kein HDR-Bild mit diesem sehr hohen Helligkeitsumfang, der in einer Datei gespeichert wird, sondern diese drei Bilder werden miteinander verschmolzen, die drei Ausgangsbilder. Und es entsteht sofort ohne Tonmapping ein Bild, was man mehr oder weniger direkt einsetzen kann. Das hat aber auch nicht den typischen HDR-Look. Es hat halt nur hellere Schatten und dunklere Lichter, als man es eigentlich erwarten würde. Tom, jetzt darfst du gerne nochmal versuchen, um ein bisschen genauer zu erklären, den Unterschied zwischen Tone-Mapping und Fusion. Tone-Mapping und Fusion? Mir darfst du das jetzt sagen. Ja, okay. Also du brauchst, also du kannst in der HDR-Fotografie ein Bild erzeugen, das einen sehr hohen Helligkeitsumfang speichert, eine sehr hohe Farbtiefe hat. Du kommst dann in Farbtiefenbereiche von 32 oder 48 Bit rein. Das ist am Monitor nicht darstellbar, das ist auch im Ausdruck nicht mehr darstellbar. Das heißt, eigentlich ist das nur ein Ausgangsmaterial, aus dem man dann wieder ein Bild machen kann, das am Monitor gezeigt werden kann oder im Ausdruck gezeigt werden kann. Und dafür musst du die Anzahl der Abstufungen, der Helligkeitsabstufungen reduzieren und musst aber auffassen, dass das Bild nicht flau wird. Und dieses nicht flau werden, also wir haben es gerade bei den Produktionsbildern gesehen, wo oben die drei Ausgangsbilder waren und unten waren diese zwei Einzelbilder, einmal das getonmäppte Bild und dann das Endergebnis. Dieses getonmäppte Bild, das sah noch recht flau aus von der Wirkung her, weil da haben wir die hellen Schatten und die dunklen Lichter drin und diese Variante des Bildes ist dann schon ein Ergebnis des HDRs. Also das HDR selber hat diesen sehr hohen Umfang und das getonmäppte Bild ist wieder reduziert auf 8- oder 16-Bit-Farbtiefe, somit am Monitor darstellbar oder mit 8-Bit dann auch im Ausdruck darstellbar und um das darstellen zu können, ohne dass es flau wird, muss man diese Tonmapping-Geschichte machen. Eine Alternative ist, dass man gar nicht diesen Weg über das HDR-Bild geht, sondern direkt aus den drei Ausgangsbildern, zum Beispiel in Photoshop oder mit besonderer Software wie diese Fusion-Programme halt, da gibt es kostenlose Geschichten, dass man die miteinander kombiniert, diese drei Bilder miteinander kombiniert, ohne dieses Bild in der Mitte zu haben, was diese hohe Farbe hat. Das wäre dann Fusion. Da brauche ich auch kein Tonmapping zu haben. Ich muss im Endeffekt auch manchmal hinten an den Kontrasten noch ein bisschen drehen, aber das läuft dann eher über so Sachen wie Klarheit in Lightroom und nicht über diese Tonmapping-Sachen. Ich hätte da mal eine Frage. Denkst du da noch viel drüber nach, wenn du da dran arbeitest? Lest du mal die ernst gemeinte Frage? Wie meinst du das jetzt? Also mir geht es irgendwann mal so, also okay, vielleicht ist es nicht klar, worauf ich... Also mir geht es dann manchmal so, ich habe da so meine Arbeitsroutinen und ich denke da gar nicht mehr viel drüber nach. Also ich regele irgendwie intuitiv die Regler. Das ist so, dass ich am Anfang mir das mal irgendwann erarbeitet habe. Ich es vielleicht auch irgendjemandem erklären kann in einem Workshop oder so, aber ich denke dann irgendwann nicht mehr so viel drüber nach. Also ist es so, dass du da noch viel drüber nachdenkst? Also wenn ich Fusion mache, muss ich da nicht drüber nachdenken. Das macht das Programm mehr oder weniger für mich. Ich muss das Ergebnis dann so aufbreiten, dass es mir gefällt. Wenn ich HDR mache, muss ich relativ viel drüber nachdenken, speziell weil ich mit manchen Programmen einfach das Problem habe, dass das Vorschaubild nichts mit dem zu tun hat, was hinten rauskommt. Also gerade das hier erwähnte Foto-Matext da verzweifle ich ein bisschen, wenn ich mir die Vorschaubilder angucke. Da muss ich noch nachdenken. Ja, okay. Gut. Ich gucke mal auf die Zeit. Wir haben noch eine Stunde voll. Das ist sehr gut. Wer trinkt hier gerade was? Ich, ich, ich. Prost. Können wir ja noch was zu trinken holen. Klaus, hast du noch was mitgebracht, was du uns vielleicht zeigen könntest? Also mich würde vor allen Dingen auch nochmal interessieren, wie das Post-Post-Processing aussieht. Also das ist mir wirklich aufgefallen, dass du, ja, sozusagen nach der HDR-Bearbeitung doch noch unwahrscheinlich viel Bearbeitung da reinsteckst, viel in Photoshop, arbeitest mit selektieren. Vielleicht magst du da auch noch ein bisschen was zu sagen? Ja, also ich kann, ich habe da mal vorbereitet, wie der Fernsehkoch. Ja, dein Blog heißt ja auch HDR-Gockbook. Und auch die Fernsehköche zeigen dann was, was nichts mit dem zu tun hat, was gefragt wurde. So mache ich das jetzt auch mal. Ja. Nee, also das hier, das hier ist eine spezielle Art von Bild und hier sieht man vielleicht auch so ein bisschen, was in die Richtung von der Antwort auf deine Frage geht. Also das hier ist jetzt nicht ein einzelnes HDR-Bild, sondern das sind in der Tat fünf verschiedene HDR-Bilder, die, wie man hier auf der linken Seite sieht, quasi von unten nach oben fotografiert sind. Also ein vertikales Panorama. Tom hat gerade von Kugelpanoramen gesprochen. Das ist auch ein Panorama, aber in vertikaler Richtung. Und die werden dann miteinander verrechnet. Ja, also sozusagen die Zeilen hier jeweils, die drei Bilder in einer Zeile und ein Miteinander ist bei einem HDR-Bild verrechnet. Und das wird dann gestitcht, so nennt man diesen Vorgang, wird also zusammengerechnet, damit die Übergänge hier fließend sind. Und da bekommt man sowas hier raus. Und wenn man sich jetzt das rechte Bild anguckt oder das mittlere Bild, dann sieht man schon, dass da noch einiges an Bearbeitung drin steckt. Gerade bei so einem Panorama, wie Tom vorhin schon gesagt hat, hat man sehr dunkle Stellen, sehr helle Stellen, hier beispielsweise in den Fenstern. Das ist hier in den hellsten Aufnahmen überstrahlt. Wohingegen da, wo die Fenster gut rauskommen, das Blaue in den Fenstern, und da sind die Tiefen völlig weg. Deswegen ist es eine besondere Herausforderung und vor allem diese feinen Details hier in den Feilern zum Beispiel oder auch die Färbung hier in den Gemälden an der Decke. Das bearbeite ich dann teilweise manuell alles nach und selektiere diese Bereiche hier und bearbeite die mit eigenem Kontrast, mit eigenen Sättigungswerten nach. Auf dem Boden hier sieht man, habe ich den Kontrast und die Färbung etwas verändert. Das heißt also, das macht dann schon sehr viel Arbeit. Also das hier ist sozusagen das, was direkt aus dem HDR-Programm oder hier jetzt auch nach dem Stitching rauskommt. Und um dann sowas zu kriegen, wo man wieder gute Kontraste hat, wo man also tatsächlich Höhen hat, die hell sind und Tiefen hat, die dunkel sind, das bedarf dann nochmal einer ganzen Menge von Nachbearbeitung. Und da steckt die meiste Zeit drin. Zeit heißt wie viel? Bitte? Zeit heißt wie viel? Wie lange hängst du ungefähr dran? Also sagen wir mal so, die linke Seite, die Bilder machen, das dauert zwei Minuten mit Komposition. Das ist aus der Hand geschossen hier, keine große Vorbereitung. Zu Hause das mittlere Bild erzeugen am Computer, das dauert 10, 15 Minuten. Und von dem mittleren Bild zum rechten zu kommen, das kann schon mal zwischen 5 und 8 Stunden dauern. Wo man über mehrere Tage hinweg die verschiedenen Bereiche hier bearbeitet und rausarbeitet. Und das kommt dann tatsächlich eher in Richtung Malen als in Richtung Fotografie. Also die eigentliche Zeit, die ich da investiere, das ist Masken malen, Dinge selektieren, gezielt selektiv bearbeiten, bis dann sowas hier rauskommt. Und das ist also in der Tat der Großteil der Arbeit, die da entsteht. Ich würde gerne mal zwei Sachen sagen. Also einmal möchte ich mal wissen, wie du das hinkriegst, dass du das Überkopf so genau ausrichtest, weil das ist vom Linienverlauf und von der Platzierung der Objekte, das ist also wirklich grandios gemacht, also vom Bildaufbau. Also mein Respekt, das ist, wenn man sich das mal genau anguckt, da gibt es also ganz wenig Verläufe, wo ich sagen würde, da ist das nicht so ganz passgenau. Also ich möchte mal behaupten, das wird wohl doch mit einem Stativ gemacht sein. Nee, 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 das ist aus der Hand geschossen. Also das ist sehr abgefahren, was du da gemacht hast. Also das würde mich mal interessieren, wie du das hinkriegst, also dass das so ausgerichtet ist. Wahrscheinlich hängt es mit einem Stitchen zusammen. Also, ja. Und dann würde mich nochmal eine weitere Sache, aber das kann ich vielleicht gleich nochmal genauer fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, so etwas zu machen? Weil das ist ja schon auch eine besondere Art des Fotografierens. Also die zweite Frage zuerst beantwortet. Man hat immer so seine Inspiration, die man bekommt, wenn man andere Fotografen anguckt, also Vertoramen. Klaus, du darfst dich auch gerne mal wieder einschalten. Entschuldigung, also wir sehen dich jetzt gerade. Ich bin so in mein Bild verliebt. Ja, genau. Also Vertoramen sind jetzt nichts Neues, habe ich nicht erfunden. Gott behüte, nein, das gibt es, das machen andere Leute schon länger. In der Landschaftsfotografie wird das gemacht. Das ist natürlich sehr viel unauffälliger, als ich das jetzt hier mache mit meinen Bildern. Und irgendwann habe ich mal in der Kirche gestanden und dachte mir, das muss doch hier auch möglich sein. Und habe angefangen, damit zu experimentieren. Und die ersten Versuche sind natürlich schiefgegangen. Das ist klar, da kann eine ganze Menge schiefgehen. Und dann irgendwann über viele, viele Experimente hinweg entwickelt man so eine Technik. Die habe ich auch in meinem Blog beschrieben. Also da kann man nachlesen, wie man das Ganze einmal aus der Hand fotografiert, dass es einigermaßen funktioniert. Und auch, wie man es mit dem Stativ macht. Und wenn wir jetzt auf die zweite Frage, oder auf deine erste Frage kommen, wie geht das eigentlich aus der Hand? Ist im Prinzip, das größte Problem ist, dass man die Komposition vorher nicht sieht. Das heißt also, man steht in der Kirche und man muss versuchen, sich vorzustellen, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich es zusammenbaue. Und dann muss man die richtige Position finden. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Wenn man die einmal hat, dann ist das größte Geheimnis, dass man die Bilder von unten nach oben zügig aufnimmt. Und man muss auf die Überlappung achten. Das heißt, die Bilder brauchen genügend Überlappung, dass man sie später miteinander verrechnen kann. Und dann muss man die einfach zügig hintereinander aufnehmen. Dabei entsteht natürlich, da man es nicht aus dem Stativ macht, entstehen sogenannte Parallaxenfehler. Das heißt also, wenn ich die Kamera bewege, dann stimmt der Überlapp zwischen den Bildern teilweise nicht hundertprozentig. Es ist ein gewisser Versatz zwischen Objekten, die nah an der Kamera sind und Objekten, die weiter weg sind. Aber das, also einmal muss man versuchen, die Kamera ruhig zu führen. Und das Zweite ist, dass Software heute so gut geworden ist, dass sie tatsächlich viele dieser Probleme lösen kann. Das heißt also, viele dieser Probleme entstehen gar nicht oder werden durch die Software ausgebügelt. Einige auch nicht. Und dafür muss man sich dann ein bisschen in Kleinarbeit überlegen, wie kriege ich das wieder hin. Also gerade in den Pfeilern, die wir vorhin gesehen haben, wo du gesagt hast, die Verläufe sehen gut aus, die haben in der ersten Version dieses gestitchten Bildes nicht so gut ausgesehen. Das heißt also, was ich da mache, ist, im Prinzip schneide ich dann ein Stückchen aus diesem Pfeiler, aus dem Bild, das ist natürlich aus dem Bild des Pfeilers, nicht aus dem Pfeiler selbst, raus, kopiere die dann und verzerre sie, so, dass tatsächlich die Verläufe wieder ineinander kommen. Das heißt also, das ist tatsächlich auch ein Großteil der Arbeit, wenn man solche Fehler hat, wo die Software tatsächlich sagt, da ist so viel Versatz zwischen den Objekten in zwei aufeinanderfolgenden Bildern, das kann ich dir nicht verrechnen und dann hört der Pfeiler irgendwo auf und fängt woanders wieder an. Und das muss man dann in der Nachbearbeitung ausbügeln. Das kostet auch ein bisschen Zeit. Okay, Frage von Andreas. Du machst sie aus der Hand, die Bilder, aber okay, und du machst drei Belichtungen, also ich hätte glaube ich schon, die müssen ja, wenn du die dann übereinander legst, diese drei Belichtungen, die müssen ja hundertprozentig passen, aber aus der Hand kriegst du das so genau hin oder wie machst du das? Also ich könnte mir jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich drei Bilder hintereinander so hinkriege aus der Hand, dass die genau übereinander passen. Ja, man nennt mich auch den Terminator, weil ich so eine Rolle gehandelt habe. Hasta la vista, Baby. Genau. Es ist tatsächlich so, also einmal, nochmal derselbe Punkt, Software kann heute sehr viel. Also die moderne HDR-Software kann tatsächlich Bilder relativ gut ausrichten und da ist durchaus das viel genannte Photomatics jetzt nicht das Beste, sondern da gibt es freie Software. Ich habe mir jetzt der Name entfallen, Tom weiß es bestimmt, Autopano-Stitch oder irgendwas. Autopano gibt es ja. Ja. Also da gibt es Software, die kann da, wenn man sich mal anguckt, wahre Wunder vollbringen und solche Bilder wieder miteinander in Deckung bringen. Das heißt, das muss nicht hundertprozentig sein, aber natürlich braucht man eine ruhige Hand, weil diese Bilder, jetzt gerade wenn man in der Kirche ist, die sind natürlich auch bei relativ wenig Licht geschossen. Man braucht einmal eine vernünftige Kamera, wo man eine hohe Sensibilität einstellen kann, also eine hohe ISO-Sensitivity einstellen kann und dass die noch vernünftige Bilder macht. Und man braucht eine ruhige Hand, das kann man trainieren. Also man kann sich da Techniken aneignen, dass der Versatz nicht so groß wird und dass man auch nicht so, sagen wir mal, dass man mit relativ geringer Verschlusszeit oder langer Verschlusszeit noch scharfe Bilder hinkriegt. Das ist im Prinzip eine Mischung aus dem, was die Software heute kann und dem, was man üben und trainieren kann an ruhiger Hand. Und das ist einfach nur, probier es, geh morgen in die Kirche und versuch es mal. Und du wirst schauen, wie gut es funktioniert. Und dann kannst du sehen, ob du dich verbessern musst oder nicht. Okay. Passt ja auch. Morgen ist Sonntag. Ja, nicht in den Gottesdiensten. Obwohl, mit Ghosting, die Ghosting-Effekte kann man gut rausrechnen. Ob der Pastor das so gut findet, dass die Kirchen dann so leer aussehen, das ist eine andere. Aber noch ein Tipp mit dem Ghosting. Man kann, wenn man es denn mit Stativ macht und hierzulande ist es leider in den meisten Kirchen verboten, mit Stativ zu fotografieren, aber ihr werdet in meinem Portfolio auch Kirchen sehen aus anderen Ländern, beispielsweise in Ungarn habe ich Bilder gemacht und die winken an da einfach durch. Also da kann man ruhig mit dem Stativ reingehen in die meisten Kirchen. Und dann hat man den Vorteil, dass man tatsächlich Langzeitbelichtungen machen kann. Das heißt also, die drei Bilder, die man dann macht für jede Sektion, die sind teilweise 30 Sekunden belichtet. Und wenn man das tut, dann sind die Gläubigen auf einmal weg. Das heißt also, das Ghosting erledigt sich von selbst, weil sich die Menschen, sagen wir mal, schneller bewegen, als die Kameras wahrnehmen kann. Jetzt haben wir auch noch die aktuellen Probleme der Kirchen haben wir richtig erkannt. Es ist also einfach eine Frage, sozusagen, dass man nicht so lange oder genau hinguckt. Ja, also wenn man nicht genau hinguckt oder lange genug hinguckt, dann werden sich die Kirchen vielleicht auch wie aus Geisterhand wieder füllen. Ja, ich finde es gut, dass es diesmal hier so viele Fragen zwischendurch gab. Deswegen denke ich mal, wird es jetzt hier zum Ende hin vielleicht nicht so viele Fragen mehr geben. Trotzdem, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne nochmal stellen. Ja, ihr, habt ihr Fragen noch? Sonst würde ich gerne versuchen, nochmal so eine Kurve zum Abschluss zu kriegen. Ich habe jetzt nicht gefragt, habt ihr etwa noch Fragen, sondern habt ihr Fragen? Spontan keine. Spontan keine. Okay, prima. Klaus, hast du noch irgendetwas, was du heute hier loswerden willst? So 15 Minuten könnten wir noch machen. ansonsten würde ich vorschlagen, wir machen gerne nochmal eine zweite Runde, weil da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen mit dir. Ob ich mal schnell fünf bis zehn Minuten was Lust zu haben zu werden habe. Wenn es interessiert, er mag... Entschuldigung, das war eine Mücke. Ich dachte, du willst gerade mir eine runterhauen. Nee, es ist eine Mücke hier. Das hat so gewirkt. Ich dachte, ich soll was da hin, dann haut er mir eine runter. Nee, also wen es tiefer interessiert oder wen es interessiert, da tiefer einzusteigen. Ich meine, wenn man so ein Bild sieht, dann ist das erstmal überwältigend und man fragt sich, wie geht das überhaupt? Aber vielleicht sollte ich das jetzt lieber nicht sagen, aber es ist einfacher, als es aussieht. Dann in meinem Blog vorbeischauen, also in den diversen Internetplattformen bin ich auch unter dem Pseudonym Farbspiel zu finden, unter Flickr zum Beispiel. Wenn ihr da Farbspiel eingebt, kommt ihr auf meine Seite, wo einige dieser Bilder zu sehen sind. Mein Blog findet ihr unter farbspiel.wordpress.com und da habe ich versucht, das Ganze so aufzubereiten, dass es für jeden nachvollziehbar und handhabbar dasteht, also keine große Theorie, sondern die Praxis steht im Vordergrund und da könnt ihr auch nachlesen, wie diese Vertorahmen entstehen, Schritt für Schritt, sowohl aus der Hand als auch mit dem Stativ und es gibt eine ganze Menge Dinge rund um die Nachbearbeitung, also ich habe in meinem Blog bisher wenig über die Basics, also man nehme drei Bilder und tue sie in eine HDR-Software, das beschreibe ich eher nicht, weil da gibt es sehr, sehr viele Seiten im Internet, die das schon hinreichend gut tun, aber da, wo die meisten Internetseiten und auch Bücher aufhören, das ist so ein bisschen meine Mission, und da fange ich an, also ich verrechne drei Bilder, spiele ein bisschen mit den Reglern und das, was rausfällt, das ist noch lange nicht alles, sondern dann fängt die Arbeit erst an, dann fängt der Spaß erst an und dann kann man in der Nachbearbeitung sehr, sehr viel aus diesen Bildern rausholen und auch sehr, sehr viele Probleme lösen, dieses ich spiele Stuckateur und ziehe die Pfeiler von der Kirche wieder gerade zum Beispiel, gut, das habe ich jetzt noch nicht in meinem Blog, das wird vielleicht der nächste Post sein, aber das ist ja nur ein kleines Detail, da ist die Frage, wenn ich die Bilder miteinander verrechne und es gibt tatsächlich Halos, also so einen helleren Schein um dunklere Kanten rum zum Beispiel, wie gehe ich damit um? Es gibt Dinge zum Schärfen solcher Bilder, zum Entrauschen solcher Bilder, also auch sehr detaillierte Betrachtungen oder auch Betrachtungen und Anleitungen, wie man tatsächlich das letzte bisschen Dynamikumfang rauskitzeln kann, das vielleicht Photomatix gar nicht hergegeben hat, als man die drei Ursprungsbilder reingehauen hat, also eine ganze Menge praktische Informationen, wenn das interessiert, der soll da gerne mal vorbeischauen, farbspiel.wordpress.com und einfach mal durchklicken, ist mittlerweile eine erklägliche Anzahl von Rezepten und dazu kommen noch diese Vorher und Nachher Präsentationen, wie ich es eben gerade ein paar Mal gezeigt habe, wo man also sehen kann, wo kommt das Ganze her und wie ist das entstanden. Ich habe, es hat angefangen aus einem kleinen Scherz, Making-of Videos reingestellt, das heißt also in Zeitraffer sieht man dann, wie diese Bilder entstehen, ein paar Stunden gerafft auf ein paar Minuten, wo man einen kleinen Eindruck bekommen kann, wie die Nachbearbeitung funktioniert, also jede Menge Material, das einem vielleicht weiterhilft, wenn man sich dem Thema etwas näher widmen möchte. Ja, das waren tolle Abschlussworte, ich muss jetzt mal meinen Lob nochmal aussprechen, also auch was den Blog angeht, ich blogge ja nun schon viele, viele Jahre und ich weiß, wie viel Arbeit das eigentlich auch ist und soweit ich gesehen habe, ist noch nicht mal ein Spendenbutton bei dir in deinem Blog eingebaut. Nee, keine Werbung, kein Spendenbutton. Genau, keine Werbung, kein Spendenbutton und wovon das Ganze lebt, ist ja vom Teilen, das ist ja so ein Community-Gedanke und es ist wirklich ganz toll, dass du das da zusammenfasst und dein Blog ist hervorragend und es gibt sehr, sehr, sehr viele detaillierte Informationen und der ist jetzt auch bei mir im RSS-Reader drin und Ach, du warst das. Ja, ich war das heute und ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es schade, dass das so wenig Öffentlichkeit hat, also ich meine, du hast viele Leser, aber also viele, viele Leute, wir hatten ja vorhin mal die Zahlen uns angeguckt, aber es ist eigentlich erschreckend, wie viele Leute sich manchmal auch Stuss angucken im Internet, ja, und wie viele tolle Sachen man eigentlich finden kann im Internet, die ja viel mehr wert sind, geteilt zu werden und das ist jetzt mal ein Aufruf an euch, ich möchte mal jeden bitten, sozusagen den Blog von, also farbspiele.de, habe ich das jetzt ohne E, farbspiel.de von Klaus Herrmann weiter zu verteilen, auf welchem Netzwerk ihr auch immer irgendwie aktiv seid und ich möchte auch bitten, euch diese Fotografie-Hangouts nochmal weiter zu verteilen. Es ist heute von der Besucherzahl ein bisschen dünner gewesen, trotzdem, wie ihr gesehen habt, die Qualität hat nicht abgenommen, das war ein toller Hangout, vielen Dank an alle, die hier heute mitgemacht haben und Klaus, an dich jetzt nochmal, du gehst hier nicht raus, ohne dass du mir versprichst, dass wir noch eine Folge Hangout machen. Ja, logisch, natürlich. Danke, das war's, was ich schon wollte. Und ihr, die ihr jetzt zuguckt, ihr habt die Möglichkeit, dann dabei zu sein und den Klaus mit Fragen zu löchern. Das können wir auch gerne vielleicht ein zweites und drittes Mal machen. Oder jederzeit bei Google Plus vorbeikommen, schauen, was ich da rein stelle. Also da sieht man auch vieles von dem, was ich mache. Genau, Google Plus. Und es wäre mir auch lieb, wenn sozusagen das nächste Mal nochmal wieder ein paar mehr Gäste dabei sind und ich bin mir sicher, dass das so sein wird. Ich hatte das vorhin ja schon mal angedeutet, glaube ich. Nächstes Mal wird geheiratet. Wir haben hier einige Hochzeitsfotografen eingeladen, die ihr vielleicht auch alle schon irgendwie kennt, findet man im Netz relativ häufig. Ich will die Namen noch nicht mal nennen, für den Fall, dass einer noch eine Hochzeit hat am nächsten Freitag oder am Samstag. Und da nicht dabei ist. Aber das wird auch, glaube ich, eine ganz nette Talkrunde werden. Und ja, vielleicht machen wir noch ein kleines Abschlussblitzlicht. Wer etwas sagen möchte, darf es gerne jetzt sagen. Ich würde eventuell noch kurz dem Klaus was sagen. Also ich habe mir diesen Film angeschaut, einen dieser Filme, wo du dieses Making-of zeigst. Und ich fand es unheimlich enttäuschend, weil ich hatte gehofft, ich sehe da irgendwie den magischen Knopf, mit dem er diese Bilder hinkriegt. Weil als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, der Mann muss unglaublich viel Arbeit reinstecken. Also ich würde es ja wahrscheinlich eine Woche in Photoshop an den Bildern sitzen. Und dann wäre immer noch fraglich, ob ich die so hinkriege. Und ich habe wirklich gehofft, der hat irgendwo diesen Knopf, aber du steckst tatsächlich sehr viel Arbeit rein. Nee, den Knopf gibt es leider nicht. Wenn es den gäbe, würde ich insofern auch enttäuschend. Aber es war toll, das zu sehen, wie du es gemacht hast. Auch für jemanden, der schon lange mit Photoshop arbeitet, war es wirklich klasse zu sehen, wie du da die Schritte so aufbaust. Das ist gut. Danke. Ja, prima. Noch jemand etwas zum Abschluss sagen? Sonst würde ich die Runde jetzt hier mal beenden. Ja, hat mir echt viel Spaß gebracht. Toller Hangout. Und wir sind hier, glaube ich, alle auf dem richtigen Kurs. Nächstes Mal, oder ich glaube, übernächstes Mal ist auch wieder Kate mit dabei. Die war jetzt mal verhindert, aber das ging ja auch so ganz gut heute. Und ja, nächstes Mal wird geheiratet. Wir haben noch andere Hangouts, Hangout-Themen in Vorbereitung. Und zwar, einmal werden wir uns mit, ja, mit jemandem, der Fotobearbeitungssoftware herstellt, wahrscheinlich unterhalten. Also es ist jedenfalls in der Planung. Da will ich auch nochmal keinen Namen nennen. Und wir haben noch in der Planung das Thema Reisefotografie-Vorbereitung. Das ist also auch etwas, wo wir gerade am Arbeiten sind, aber das soll damit auch nicht aufhören. Bitte teilt diese Informationen, die wir hier erstellt haben und bitte nehmt auch nächstes Mal teil. Das ist hier echt eine nette Runde und ich finde es immer ganz gut bei diesen Hangouts, dass man so eigentlich auf so gleicher Ebene, ne, also auch kommuniziert. Das ist nicht so dieses von oben nach unten, da sitzt so der Guru, ne, Klaus. Ich meine, du sitzt jetzt hier gerade bildlich ein bisschen über mir, ja, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich darf mich mit dir auf gleicher Ebene sozusagen unterhalten. Und das ist das Tolle an dem Hangout, nicht? Und dieses Gemeinschaftliche und das man eben halt auch weiter teilt und Horedo, macht's gut. Ihr bleibt jetzt noch einen kleinen Augenblick drin und zu euch da draußen sage ich jetzt mal Tschüss. Macht's gut. Tschau. Tschüss. Tschau. Tschüss. Servus. 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 Servus.